Einparken in enge Garagen. Mit dem Garagenparkassistenten von Bosch ein Kinderspiel. Vor der Garage aktiviert der Fahrer den Assistenten. Den Einparkvorgang überwacht er bequem von außen per Smartphone. Die Gangwahl sowie sämtliche Lenk-, Beschleunigungs- und Bremsmanöver übernimmt der Assistent. Der Garagenparkassistent unterstützt auch das Ausparken. Der Fahrer aktiviert das System und steuert das Fahrzeug aus der Garage heraus, bis er schließlich bequem einsteigen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017